Geile Sache, das Lampensystem für den Nord. Damit kann alles und jedes denkbare und undeckbare Lichtkonzept realisiert werden. Macht viel Spaß, die ganze Wohnung mit HueFold zu stopfen. Man kann zum Beispiel einen Strobo-Effekt realisieren, der die ganze Wohnung blinken lässt, wenn die Freundin nach Hause kommt. Dann weiß man, Brutalofilme abstellen, Pufflicht wegmachen, Subwoofer runterdrehen, Soul Music auf die Stereoanlage, Relax-Bambus-Licht an und Massage bereitstellen. Wow, crazy. Was ist das für ein Licht? Relax-Bambu, baby.